also freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar wollte ich euch heute meine zwei peso jacken vorstellen und zwar habe ich mir natürlich von justin seine kollektion jeweils immer etwas gekauft natürlich nur das was mir gefallen hat so ist nichts aber ich unterstütze auf jeden fall jeden er macht auf jeden fall auch geile sachen und gibt sich da voll die mühe ich sie auf jeden fall meinte die erste jacke an das ist die erste jeansjacke die am start hatte ist auf jeden fall voll gefüttert in innen und sieht auf jeden fall sehr geil aus von hinten dann hier noch dieses peso gang logo ja wie gesagt es sind auf alle teils natürlich geachtet worden hier drauf kann man natürlich nicht erkennen ist hier sind ja noch die peso initialen natürlich mit eingefügt und an sich ist eine geile oversized jeansjacke und ich kann ich auf jeden fall auch nur empfehlen also freunde seid gespannt was sie da noch so raus bringen mag und ich würde mal sagen ich zeige euch noch die zweite jacke warum feiere ich diese jacke so und zwar hier da der kragen diesmal hier auf jeder kratten lederkragen hier angelehnt ist natürlich auch eine geile jacke er kann man nichts sagen hier natürlich noch mal peso die ganzen knöpfe diesmal in silber mit den peso initialen von hinten sieht das ganze ganz schlicht aus ich feiere die jacke auf jeden fall ich feiere die sogar ein bisschen mehr als die andere jacke aber das ist natürlich geschmackssache abonniert justice folgt peso und seid gespannt auf die neuen kollektionen grüße gehen natürlich raus ja relativ kurzes video heute aber wenn euch das video gefallen hat lasst einen like da und folgt mir auf instagram peace freunde bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020